Oh, jetzt kommt die Eismap. Geil. Endlich. Okay, die Eismap muss ich dann doch noch machen. Verdammt. Pirate, Piraten müssen wir gehen. Oh, ist alles voll. Ja, auf die Ranger. Ich hab nichts frei sonst mehr. Piraten ist voll. Ranger? Auf die Ranger? Ja. Piraten kann ich nicht spielen. 3, 4 von uns sind da. Warte kurz, geht gleich. 5 sind da. Timo, mach Timo. Kapitän. Komm schon. Komm schon. Ein scheiß Navy Fuzzi noch, komm schon. One fucking Navy. Ganz kurz warten, es wird gleich gehen auch. Leo, bist du bei uns? Warten wir noch den Timo. Nein, der muss noch Timo warten. Wir sind ja schon zwei, war ja gut. Ja, Mann. Jetzt passiert einfach nichts mehr. Kommt gleich. Oh ja, Leute. Willkommen zurück. Danke für die Warte. Ja, jetzt. Please reload everything. Wo sind wir, wo sind wir? Affäre. Äh, auf der Affäre. Das große. Nein, 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 nein. Ganz große. Der Gallion will have to take care of the low one. The low one. Bei Timo ist immer alles Affäre. Ja. Okay, I need... Okay, I need one guy to spot the ships, please. Oh, alles klar. Neiße Karte. Ich gleiche Karte. Ich gleiche Karte. Mhm. We're lost. Wir sind jetzt Pirate. Ja. Timo, hast du schon Spot bekommen? Nein. Nein. Aber geht auch nicht. War das nicht ein Riesenschiff? Hier irgendwie 13 Leute. Das ist das Riesenschiff, das wir grad haben. Ja, unter Deck hast du noch ein ganzes Kanonendeck, sozusagen. Ach so. Ja, das sieht halt hier anders aus wie bei der Navy, das große. Ja. Ja, Leute. Ja. Watch out for those icebergs. So, und die Sail habe ich hier. Oh, da drüben sind sie. Spot. 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 700. 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 00, Someone said i have any time to reach here? We could wait in this open area? Let's just wait here and let them come for us. All right. Alright. Okay. Is it something they said? Yeah. Yeah. We can see they are galleons turning around heading.. 700. You are not like that? Okay, let's just wait here. Alright, alright. Lef. Lef. Das ist 7 Meter, glaube ich Ich habe auf der linken Seite nur Eisberge All we can do is, we can keep an eye out and once they get close enough, we'll give you guys a signal to charge in and bombard them with a surprise attack Surprise, motherfucker! Alright, alright, we do Okay, guys, you hear it? We wait, we do the surprise attack That was the first shoot Be sure your men are holding all fire until they 500 Meter We do the second shoot What then? Okay, okay, wait 700 Yeah, we get him from here No, no, don't shoot We're gonna go for the ship behind us, you guys pursuit that one, alright? We'll get the one behind us We turn up Why do you want the fluffy werewolf to kick? There comes one Right To right To right Timo should be a bit in the right direction No, you're going to go in the right direction Okay, guys, right side Fuck it That was not the plan of the other ships Was not good Right side shoot Right side shoot You have to go in the right Yeah, it's good, it's good Okay, now we pair everything We pair and pump One more hole One more hole One more hole Just one more hole Okay, perfect Okay, perfect Now only pump I think it's better I think it's better I think it's better When we go our own way I think it's better when we go our own way Here's somebody Don't worry Don't worry Don't worry On the right side But don't shoot Please prepare Yeah We... 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 We go for new tactic We go for new tactic Okay Let's begin from the start I need a spotter From the ships, please See more a bit more In the right direction I can't do anything I can't do anything For the other icebergs We have 8000 more people They're all on the ship Ja, ich schaue ihn. Spottet. Kannst du auf der Starboard, Captain? Ich kann. 600 Meter auf der Starboard Seite. Ich kann. Ich kann. Wir haben Eis in Front. Wir können nicht durch die Erde fahren. Ich bin auf der Left Seite. Ich bin auf der Left Seite. Left Seite bereit für Schuss. Eine weitere Zeit, bitte spottet. Das Boot, das Schiff. Äh... Where? Es wird gespottet hier. Left Seite. Ah, da hinten sehe ich was? Ah, okay. Okay, es ist spottet. Jetzt werden die uns schießen. Too far away. Ja. Far away. Too far away. Er verschwindet jetzt in einem Eisblock. Jetzt komme ich nicht mehr dran. Na gut so. Wir fahren von der anderen Seite ran. Where are the other ships? Where are the other ships? I don't know where the other ships are. Rechts. Press Q. Eins, rechts. X-Man. Okay, right. The X-Man. The X-Man on the right. 700 meters. Shoot. We need backup. Yes. Drehen wir ein bisschen nach rechts. Dann kriege ich ihn nochmal rein. Aim for 700 meters. Starboard side. Ja, ich habe getroffen. Ja, ich habe getroffen. Ja, shoot. Ja, shoot. Okay, left side. Okay, left side. Left side. Left side ready. 300 meters. Backboard. Backboard. Ja, Eisberg am Weg. Ich komme so dicht an. They're behind the ice already. Ja, I see. Ja, wenn du nach rechts drehst, krieg du den Bucket. Ja, wenn du nach rechts drehst, krieg du den Bucket. 400 meters. 400 meters. 400 meters. Reicht, reicht, reicht. Ja, ein bisschen mehr. Mach rechts. More to the right. A little bit right. Leicht nach rechts. And shoot. Der bringt sich in Position. Der bringt sich ins Position. Ja, der bringt sich ins Position. 300 meters. We have a shot. Yes. Perfect guys, perfect. Drehen wir ein bisschen nach links. Ein bisschen nach links. Ah, du kriegst noch die Binks. No problem. Job prepare the Halt. Job prepare the Halt. Only 5 Halt. No problem. Job prepare the Halt. The next ship is coming. Next ship is coming. And one more on the pump, please. Das Wasser muss scheiss kalt sein. Aber, hallo. Werks an dem Penis, gell? So ein Zeig. Ja, ja, ja. Hast du wieder eine andere dabei? Oder wieder ein bisschen? Perfect. Perfect. Now try to go around the ice on the right side. Maybe there's a boat behind it. Don't be stupid. Ah, no. Ah, no. It's follow us. It's follow us. Okay. We turn here. We turn here. I just need to block our spotter. I have to find a spotter, gell. So, a cuco's his tail. Next five meters. Which side? Ah, now behind us. Yeah. Right right right, right. We turn here. Okay, ready on the backboard side. Ready on the backboard side, guys? Alter, du bist viel zu weit entfernt, 900 Meter Wo? Ich habe nichts gespottet, ich sehe nichts, ich weiß nichts Ja, ich bin mir jetzt f*** offen Wir brauchen ein Dallion They are too much away, too far away Aber das sind alles Eisberger, sieben und ich habe ungefähr die Marke Aim for 700 X-Man, 700 Left Left, ja 700 left Gleich nach rechts eindrehen, nach rechts eindrehen Ja Achso, komm ich nicht ran Du stehst für den Arsch Du stehst für den Arsch Ja, ich bist zu weit schon Ja Die Entfernung darfst du so schon voll nicht drehen Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter Ich schieße alle noch Spiel auf die Tür Wow Okay, guys, no problem Okay, guys, no problem I'm at the next one I'm at the next one Okay Okay Please prepare the right side Starboard 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 Everybody rendezvous with our galleon Move to the werewolf, Captain I have a lot here He needs help Rescued to see his location There we go There we go There we go 900m, yeah But behind the iceberg On our Starboard side You just have to play the offensive That's here in the 300 Techno-Program Attention He's there Just shield towards him Right before us There's a ship Yeah, wait We're going to Fluffy He asked for help He asked for help He's coming back He's from us We lose tickets Run away Fluffy We're coming We're coming We're coming We're coming British are coming Okay, okay, we've got left side Left side Darkboard 300 Yeah man, that's Pirates No, not pirates Navy Oh, you have to see the pirate Yeah, but the Navy Where's the Navy? I don't see them Okay, left side ready to shoot Fire Fire, 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 fire Yeah, always the affair Yeah, come, shoot Shoot, shoot, shoot Yes Ah, I've been hit But I'll get him out of the way Yeah Yeah That was great That was great Someone drink for me Someone help for me The guy should be up ahead Where you are Something to drink Someone Six to the house Six to the house Please Horton Is that your house? Thank you We were just getting double team We had to run away from the enemy guy Oh, I'm just drinking It's fine Which is over there Yeah, it's actually Left turn now Left turn now It's our lock It's our lock It's our lock It's our lock I think we're out of the affair There's no more out Yeah, the affair is here Good Yeah, but who wants It's already free will We're out of the affair Oh, oh, what? Okay, please Go in front of us May there's a ship 9700 We have three ships on our port side, Captain Right around 700 meter Okay, thank you Right around the iceberg 100 meters Thank you Hold current line Turn to the right Turn to the right 100 meters 100 meters Get ready on the port side Left side Keep her steady Okay, shoot on the left Okay, shoot on the left Should have a shot 100 meters Thank you for sure Alright We have several good shots Yeah Yeah, perfect Yeah, perfect Next on the X-Man As well Get more to the left, Captain Uh, right Turn right Right, sorry Sorry Yeah, but he's Okay, just flick the hole Okay, just flick the hole Fuck the hole Fuck the hole Fuck the hole And load the left side And load the left side Because they come Let the HMS Let the HMS fuck off And shoot And shoot Put the ship through still No, hold, hold, hold The X-Man is coming as well Ah, I missed 400 meters Ah, I missed That's right That's right, they come That's right, they come That's right, they come It will sail in the line of fire Don't worry Take your shots Victory! 500 meters That's right That's right 100 meters That's right 500 meters 500 meters 500 meters Shoot left Perfect, perfect Right, right, right Next one coming in 400 meters Fuck off Let's fuck off Fuck off, he's coming That's right That's right That's right That's right Yeah Once he turns away 500 meters Aim for 500 meters We have still a hole somewhere Skip him Keep it prepared on the left side Pull the fuck off again Pull the fuck off again Okay, the hole is complete Shoot if you're ready Okay, shoot Okay, shoot The captain's run I need a tee I need a tee I need a tee I need a cup of tea I need a tee I need a tee Packet of seaman coming in 500 meters Same position A bit to the right, captain Ich habe gerade die Heimat gedrückt und wir haben gestorben. Okay, okay, shoot! Arrrr! Okay, okay, Gally. Heee! Der Kapitän ist da! Are we ready? Shoot, we're ready. 400 Meter. Du musst nur mindestens einmal bleiben für das kleine Schiff. Das wird's. Got it? Perfekt, perfekt. Wir sind abgeläubt. Wir fahren einfach nach oben. Ja, läuft echt gut natürlich. Sehr gut, ja. Wirklich. Sehr gut Runden ist der gespielt. Okay, HMS, fuck off. Shoot left. Shoot left. Again. 400 Meter. HMS, fuck off? Ja. Okay. International, ja? Ja. 500 Meter. Gut viele Leute. Freize Volk. Fakative Siemen kommen in. 600. 500. 516. Bucket of Siemen, 600 Meter. Knapp 700. 616. Grab for fight. Attack. And shoot. And shoot. And shoot. 600 Meter, boys. 600. 600. I see a lot of 300s being shot off. That's not enough, guys. Yeah, you have to go higher. Too low. Too low, okay. Just pick the holes. Just pick the holes. Pick the holes. Pick the holes, my friend. Pick the holes. Stick the holes. It's in the shadows. It's in the shadows. It's in the shadows. The shadows, but you can really upload it. Oh, that's okay. Ah, I hope we come, I hope we come around, around the iceberg, yeah. The iceberg, yeah. I hope we come around, around the iceberg, yeah. We play it tight, titanic. Slow speed. Halleluja! Was? Ah, Halleluja! Da ist der richtig knapp das Ding geworden. We should make a hard left. We have got new scopes. Okay, right side, prepare for fight. Right side. 38 tickets. You see the chips? See the chips? Yep, on the right. We expect how much? How far away? 600 meters. X-Man 500 meters. Okay, hold the line. I don't see it. He's behind the iceberg. Now the X-Man is coming out. That's cool, the kill is really good because he's the weakest spot. Hold this line and turn him a little bit to the right. Yeah, make it a little bit slow. Stop, stop, stop. Freifahren with me through. I think. Now we have to go a little left. Wait, he's running back. He's running back again. Yes, go back again. You mean, let me hit the offensive. Then we can fight. Yeah, it's too tight of a shot. Okay, okay. Next try. Next try. He's running back. Our previous spot was pretty nice though. He's running back again. He's running back again. If we go around this iceberg on the right, we have one target. 300 meters. HMS fuck off. Straight line. We're ready to fire on starboard. Okay, starboard fire. Okay, starboard fire. We're not here. 100 meters. Come, come, come. Come, come, come. Try it. That doesn't go right. 300 meters. Can you end up my server? Yeah. Yeah. Very good. Good hit. Keep it steady. Hold. He's too tight. Do you have the tickets, still? Not many because it doesn't matter what we were. No no, we are pretty good. Yeah, it interests me because the moment where the tickets are... Weiter nach rechts, weiter nach rechts Ich füge den Schott Ja, also wir haben irgendwie mit 100 Tickets Hatten wir mal angefangen, dann waren wir mal eine Weile auf 80 Aber wir Wir gehen nicht kaputt, wir sterben nicht Aber die anderen Schiffe Die Black Wolf hat ja Tode ohne Ende Oh ne, dieses komische russische Schiff So zwei Leute elfmal gestorben Die verbraten die ganzen Tickets von uns Na komm, wir gehen jetzt auch mal Nose cannons, you can open fire If you want, 600 meters Ich hab hier überhaupt nichts zu tun Weil selbliche Kanonen ständig besetzt sind Ich kann hier einfach auf und ablaufen Seid ihr Piraten oder Navy? Ja, Piraten Oh, der Heere ist voll Ja, das ist auch Mortal als richtig gut, ob ich hier Selbst die Front-Kanonen Es ist immer alles schon besetzt, egal wo ich hingehe Es ist immer alles schon besetzt Ich hab ein Alli kommen in Hold'em Right side, prepare fire Road side Aber es ist kein Platz mehr auf dem Ziff Weiter, weiter, weiter Weiter, weiter Wir müssen leider jetzt Ja, aber die schießen uns weg Ich bin auf dem russischen Schiff Wir saufen gerade ab Ja, das russische Schiff ist total schlecht Das war die meisten Tickets bei Braten Macht nichts mehr, aber einfach hier Make sure I don't die Prepare the house Prepare the house It's 3v1 now So be cool Height, offensive Attackiert, attackiert Hey nee, lass die Tickets ein bisschen spaß Nicht attackieren Nein So ein Goku sein Urenkel hat mich getötet Ich hab ein bisschen als Käpt'n geübt und ja, es läuft. Galeone ist geil. Ja! Wuhu! Gale, aber stimmt. Ja, das sagt nicht an uns. Das war nämlich wirklich so, weil wir haben echt richtig gut. So, nächste Runde bin ich auf der Affäre. Ja, ich aber jetzt wirklich nicht mehr. Das war jetzt schon eine Runde mehr als ich wollte. Das ist jetzt ein schöner Punkt für Feierabend. Ihr seid so gemein. Tja, wer zu spät kommt, so ist das. Ich hab meinem Papa extra den Fuß aufs Gas getroffen. Tja, dann einen schönen Gruß. Der ist jetzt gestaucht. Du musst jetzt meinen Job übernehmen. Kämpf. Guck dir mal die Liste an. Mein auch, mein auch. Ich war jetzt nicht so gut, aber der Henne ist ja auch hier auf dem letzten Platz ganz ohne. Ja, also mit dem kannst du nicht arbeiten. Also ne. Aber der Atmer hat dir nicht kaputt. Weg, ich bin weg. Okay. Wir wollen mich nicht mehr, mingladen für noise. Wir wollen dich nicht mehr, sondern kein hump oder windeln.